Moin moin zum neuen Guide für Genjin Impact. In diesem Guide zeige ich euch ehrlich gesagt nicht so viel von der Quest an sich, sondern eigentlich nur das schwerste. Und das ist, wo befindet sich der Link-Ju-Schatz. In der Quest muss man nämlich einer Frau hier helfen. Nachdem man ihr geholfen hat, erzählt sie einen von dem Schatz, der unter einem goldenen Baum versteckt sein soll. Der goldene Baum ist dieser hier. Das sieht man halt an den Blättern. Das Ganze zeige ich jetzt auch mal auf der Karte. Das ist nämlich hier genau beim Link-Ju-Pass an sich. Und bei dem Baum müsst ihr dann an der Stelle hier sein. Hier kann man es auch ein bisschen am Boden schon erkennen. Und hier könnt ihr dann die Schatztruhe ausgraben. Ja, das war nur ein kurzer Guide. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Maut rein!